Zum Thema Streamen gibt es Unmengen an Videos und Infos, welche Hardware benötigt wird und wie alles richtig eingestellt wird. Das Problem ist nur, dass meistens von Desktop-PCs die Rede ist und Laptops außen vor gelassen werden. Daher möchte ich in diesem Video einmal die wichtigsten Fragen dazu klären, wie man den geeigneten Laptop zum Streamen findet. Was ich in diesem Video auf jeden Fall nicht machen möchte, ist den einen perfekten Laptop zum Streamen vorzustellen. Das geht auch einfach nicht, weil die Anforderungen so anders und unterschiedlich bei verschiedenen Streaming-Setups sind. Was ich euch aber zeigen und erklären möchte, sind die Faktoren, auf die man achten sollte, wenn man sich einen Laptop zum Streamen aussucht, damit man danach auch Spaß mit dem Gerät hat und alles das machen kann, was man sich vorgenommen hat. Das heißt, einmal für Streamen werden wir das Ganze beleuchten, aber auch für Content Creation, also Bildbearbeitung oder Videoschnitt. Mir wurden von Asus drei verschiedene Laptop-Typen, die ich mir vorher ausgesucht habe, kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist aber keinerlei Vorgabe, was ich in diesem Video zu sagen habe. Ich bekomme auch kein Geld für das Video und die Geräte gehen danach wieder zurück an Asus. War mir wichtig, das einmal zu nennen. Vielen Dank an Asus für diese Unterstützung auf jeden Fall. Ich möchte euch kurz meinen neuen festen Partner PandaBeats vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Herzensprojekt und ich erkläre euch auch ganz genau, warum. Bei PandaBeats erhaltet ihr kostenlos jede Menge Musik, die ihr frei für eure Streams oder Videos nutzen könnt. Keinerlei Probleme mehr mit Urheberrechtsverletzungen. Hinter PandaBeats steckt ein deutscher Creator, der nur für euch Musik produzieren lässt, die ihr dann nutzen dürft. Die Musik ist auf vielen verschiedenen Streaming-Plattformen wie Spotify, YouTube, Amazon, Deezer und vielen weiteren verfügbar und kann ohne Bedenken genutzt werden. Schaut doch gerne mal rein und lasst auch einen Follower auf dem YouTube- und Spotify-Kanal von PandaBeats da, damit ihr keine neuen Musik-Releases mehr verpasst. Um euch möglichst viele Infos mitzugeben in diesem Video, habe ich mir im Vorweg überlegt, welches sind denn die vier Hauptthemen, die man beantworten muss, um den richtigen Laptop zum Streamen bzw. für Content Creation auszuwählen. Das wäre Punkt 1, die Anschlussmöglichkeiten. Also wie viele Anschlussmöglichkeiten habe ich und kann ich daran Webcam, Systemkamera, Capture-Karten und weitere Peripheriegeräte anschließen? Punkt 2 wäre der Vergleich von Desktop und Mobile-Hardware, denn da gibt es natürlich auch Unterschiede und leider ist die Namensgebung bei Desktop und Mobile teilweise so irreführend, dass wenn man sich nicht auskennt, man dann doch irgendwie das Falsche nimmt. Dann Punkt 3 wäre, wie sieht es aus, wenn ich einen Laptop für Streaming-Only nutze? Das heißt, ich zocke nicht da drauf, ich arbeite nicht da drauf, der Laptop ist nur zum Streamen und Betreiben meiner Programme für den Stream da. Und wie wäre es, wenn ich mit dem Laptop streamen und zocken gleichzeitig möchte, also Punkt 4, ein Setup, wo ich den Laptop nutze, darauf zocke und gleichzeitig auch den Stream, zum Beispiel OBS, darüber laufen lasse? Das wären die vier Hauptthemen und die werden wir nun nach und nach in diesem Video einmal durchgehen und ich sage euch genau, worauf ihr achten müsst. Beginnen wir doch erst einmal mit den Anschlussmöglichkeiten. Wer schon mal einen Laptop in der Hand hatte, der weiß, dass die Anschlussmöglichkeiten ziemlich unterschiedlich ausfallen können. Es gibt Laptops, die haben gerade mal ein, zwei Ports, sodass man Maus und Tastatur anschließen kann. Und dann gibt es Laptops, die sind nur mit Anschlussmöglichkeiten gespickt. Das heißt, man hat mehrere USB-Ports, USB Typ A, USB Typ C, man hat einen Netzwerkport, man hat einen HDMI-Anschluss und noch viele weitere. Und dann weiß man gar nicht, was man da alles anschließen soll, weil man so viele Anschlussmöglichkeiten hat. Die Frage ist jedoch, was brauche ich als Streamer genau an Anschlussmöglichkeiten? Beim Streamen werden in der Regel viele USB-Ports benötigt. Ihr habt einerseits, klar, Maus und Tastatur, dann wollt ihr vielleicht noch eine Webcam anschließen, dann wollt ihr vielleicht eine Systemkamera über einen Capture-Stick anschließen, dann habt ihr vielleicht noch ein digitales Mischpult wie ein GoXLR oder ein Audio-Interface, was auch per USB angeschlossen werden muss. Oder ihr habt so ein USB-Mikrofon. Ja, ihr merkt, da kommt eine ganz große Anzahl an USB-Anschlüssen zusammen. Und gerade das ist bei Laptops das Problem, wenn man sich einen fürs Streamen holt. Denn achtet man nicht auf die USB-Anschlüsse, ja, dann endet man daran, dass man sich einen USB-Hub holt und den USB-Hub an den Laptop anschließt, um dann wieder genug USB-Anschlüsse zu haben. Aber das ist halt auch nicht immer gerade das Beste, was man machen kann und führt auch gerne mal zu Problemen. Denn schließt man Geräte mit hohem Bandbreitenbedarf, wie zum Beispiel eine Webcam oder eine Systemkamera über Capture-Stick, eine Capture-Card an einen USB-Hub an, kann es passieren, dass diese Geräte einfrieren bzw. ruckelig funktionieren. Liegt einfach daran, dass der USB-Hub ja eigentlich nur eine Verteilung von einem USB-Anschluss ist und die gesamte Bandbreite über diesen USB-Anschluss, mit dem der USB-Hub verbunden ist, geteilt wird. Das heißt, hat man nicht genug Bandbreite am USB-Hub, dann ruckeln dort Geräte mit hohem Bandbreitenbedarf. Ganz lustig finde ich da immer den Vergleich mit einem Trichter für Wasser. Wenn ihr nun Wasser in eine Flasche gießt, ja, dann hat die Flasche ja nur ein bestimmt großes Loch. Das heißt, ihr könnt nur eine gewisse Anzahl an Wasser oder Menge an Wasser gleichzeitig dort reinkippen. Wenn ihr nun einen Trichter draufsetzt, könnt ihr euch vorstellen, wie ein USB-Hub. Der ist auch nur wie ein Trichter. Die Menge an Wasser, die in die Wasserflasche laufen kann, erhöht sich ja dadurch nicht. Ihr habt nur die Möglichkeit, mehr Wasser gleichzeitig reinzugießen. Und genauso verhält sich das mit dem USB-Hub. Der USB-Hub ermöglicht euch nur, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen, erhöht aber nicht die mögliche Bandbreite über die USB-Verbindung zum Laptop. Und genau da entsteht das Problem. Was aber noch dazu kommt, ist nicht unbedingt die Anzahl an USB-Anschlüssen direkt am Laptop. Denn selbst da kann es sein, dass intern nur ein USB-Root-Hub verwendet wird. Den seht ihr nach außen hin nicht, aber auf dem Mainboard von eurem Laptop sind auch USB-Hubs. Nämlich die verteilen die mögliche Bandbreite für USB-Anschlüsse. Wenn ihr jetzt nur einen USB-Root-Hub im Laptop drin habt, aber ihr habt vier USB-Anschlüsse nach außen, würden diese vier USB-Anschlüsse sich trotzdem wieder den gleichen Rout-Hub teilen und somit auch nur geteilte Bandbreite nutzen können. Und dann habt ihr wieder das Problem. Und da stellt man sich nun die Frage, gut, aber wie soll ich denn nun herausfinden, ob der Laptop für mich genug Bandbreite für genügend USB-Geräte hat? Und das ist im Endeffekt ganz einfach. Wenn ihr an so einen Laptop mal schaut, dann habt ihr manchmal USB 3.0-Anschlüsse, ihr habt vielleicht einen USB-C-Anschluss, ihr habt USB 2.0-Anschlüsse. Und worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr nicht nur irgendwie drei USB 3.0-Anschlüsse habt, sondern dass ihr getrennte USB-Anschlüsse habt. Nämlich zum Beispiel ein, zwei USB 3.0-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss, vielleicht auch noch einen USB 2.0-Anschluss, weil dann könnt ihr euch sicher sein, dass diese drei Anschlusstypen getrennte Root-Hubs auf dem Mainboard verwenden. Und schon könnt ihr theoretisch eine Capture-Card an den USB 3.0-Anschluss stecken, eine Systemkamera an den USB-C-Anschluss und vielleicht Maus und Tastatur an den USB 2.0-Anschluss. Und diese teilen sich dann nicht die Bandbreite, sondern haben jeweils für sich eigene Bandbreiten zur Verfügung. Aber was ist mit anderen Anschlüssen, wie zum Beispiel Netzwerk oder Audio? Fangen wir mal mit Netzwerk an. Denn Netzwerk ist ganz wichtig beim Laptop, generell beim Streamen. Ich empfehle eigentlich immer auf eine LAN-Verbindung zu gehen, also kabelgebundenes Netzwerk. Nutzt ihr WLAN, kann es relativ schnell passieren, dass die Verbindung von eurem Laptop zu dem Router WLAN-mäßig instabil ist. Passiert halt einfach, weil es Wireless ist. Und ist diese Verbindung instabil, werdet ihr ganz schnell merken, dass die Bitraten zum Beispiel in OBS relativ schnell nach unten, nach oben, nach unten, nach oben gehen und ihr keine stabile Upload-Leitung habt, die ihr zum Streamen einfach braucht. Also der Stream fängt an zu ruckeln, zu laggen. Ist nicht cool. Bei einer Netzwerkverbindung kabelgebunden ist dieses Problem nicht. Denn keinerlei äußerliche Einwirkungen, ob nun jemand mit dem Handy durchs Haus läuft oder halt einfach der Router gerade Schwankungen in der Verbindung hat, diese Dinge gibt es nicht bei einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung. Also würde ich immer darauf achten, dass man sich vielleicht einen Laptop holt, wenn man diesen zum Streamen nutzt, der einen eigenen Netzwerkport hat, also RJ45. So, und dann kommen wir auch gleich zum Audio. Beim Audio ist es dann noch problematischer mit einem Laptop, denn wenn man einen Desktop-PC hat, hat man in der Regel hinten am Mainboard mehrere Audioanschlüsse. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Lautsprecherausgang getrennt, man hat einen Line-In, man hat vielleicht noch einen Mikrofoneingang, man hat das Ganze vielleicht auch noch für ein 5.1-Audiosystem, teilweise sogar noch einen optischen Ausgang. Das habt ihr in der Regel bei einem Laptop nicht. Ein Laptop hat in der Regel einen Klinkenanschluss. Und das ist dann ein TRRS-Anschluss. Das heißt, ein Anschluss für Klinkenstecker mit drei schwarzen Ringen drauf. Ganz einfach, der Unterschied dazu mit einem TRS-Anschluss ist, dass ihr bei einem Klinkenanschluss mit TRRS Lautsprecher und Mikrofon gleichzeitig nutzen könnt. Also ihr könntet dann ein Headset anschließen, wo über einen Klinkenstecker die Kopfhörer und auch das Mikrofon geregelt wird. Jetzt habt ihr aber das Problem, ihr wollt vielleicht einen Line-In verwenden und ihr wollt Lautsprecher getrennt verwenden, dann könnt ihr an so einen TRRS-Anschluss lediglich mit einem Splitter rangehen. Das heißt, dass Lautsprecher und Mikrofon gesplittet werden. Was ihr nicht machen könnt, dass ihr einen eigenen Line-In nutzen könnt. Da muss man dann schon auf eine externe USB-Soundkarte ausweichen, wofür man dann auch wieder einen USB-Anschluss braucht. Das heißt, vorher sollte man sich unbedingt Gedanken darüber machen, welche Audio-Hardware möchte ich an diesem Laptop anschließen und kann ich das mit dem vorhandenen TRS-Stecker machen oder brauche ich noch eine extra Soundkarte dafür. Ihr merkt also selbst, dass die Anschlüsse eines Laptops für Content Creator mindestens genauso wichtig sind, wie die Hardware selbst, die verbaut ist in dem Laptop. Kommen wir dann aber zum nächsten Thema, nämlich dem Vergleich von Desktop mit Mobile-Hardware. Und die Frage, die sich da stellt, ist ja, kann ich die gleichnamigen Mobile-Hardware-Komponenten mit den Desktop-Komponenten vergleichen? Und das ist schwierig und ich erkläre euch auch genau warum. Nehmen wir uns zum Beispiel einmal die CPUs vor. So hat man bei Intel sowie auch bei AMD im Mobile-Bereich gleichnamige Komponenten. So ist der aktuellste 12-Kerner von AMD im Desktop-Bereich der Ryzen 9 5900X und im Mobile-Bereich heißt dieser Ryzen 9 5900HX. Man würde nun vermuten, hier auch einen 12-Kerner im Laptop zu haben, was aber nicht der Fall ist. Der 5900HX hat nur 8 Kerne und 16 Threads, dafür aber eine integrierte GPU. Außerdem taktet der 5900HX niedriger und auch bei den Benchmarks ist ein wesentlicher Unterschied zu erkennen. In der Single-Core-Performance ist er sogar knapp 10% langsamer als die Desktop-Variante und im Multicore mit unter 40% langsamer. Beim Multicore ist dies aber auch kein Wunder, weil halt einfach 4 Kerne und 8 Threads weniger vorhanden sind. Bei Grafikkarten kann das ganze Thema dann noch etwas verwirrender werden. Um es aber einfach zu halten, in der Regel schneiden die Grafikkarten im Mobile-Bereich schlechter ab als die Desktop-Varianten. Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr mit einer RTX 3060 in einem Laptop weniger FPS in einem Spiel schaffen werdet, als mit einer 3060 in einem Desktop-PC und das ist auch ganz einfach zu erklären. Auf beiden Grafikkarten ist im Endeffekt der gleiche Chip verbaut, nämlich der einer RTX 3060. Nur unterscheidet sich der Chip im Ausbau dann doch ein wenig und auch in der möglichen Leistung. In einem Laptop sind viel weniger Möglichkeiten vorhanden, die Abwärme der einzelnen Komponenten unter Kontrolle zu halten und abzuführen, weshalb dort darauf geachtet wird, dass die Komponenten weniger Strom beziehen und niedriger takten, damit gar nicht erst so eine hohe Abwärme entsteht. Das resultiert dann einfach darin, dass die Mobile-Chips zwar gleich heißen wie die Desktop-Chips, aber im Endeffekt gebremster agieren und somit auch weniger FPS bringen. Das heißt, wenn man sich einen Laptop zum Streamen oder für Content-Creation holt, sollte man nochmal genau schauen, welche Komponenten darin verbaut sind und nicht einfach nur auf die Namen achten, sondern auch, welche Leistung diese einzelnen Komponenten dann bringen. Wie viele Kerne sind verbaut, welche Single-Core-Performance habe ich und welcher Chip arbeitet dort. Das heißt, wie viel FPS, da gibt es auch Benchmarks für im Internet, kriege ich mit der verbauten Grafikkarte zum Beispiel in bestimmten Spielen. Aber wie sieht es nun aus, wenn ihr einen Streaming-Only-Laptop nutzen wollt? Also lediglich darüber streamen und nicht gleichzeitig zocken, zum Beispiel um eine Konsole zu streamen oder einen zweiten Gaming-PC. Dann solltet ihr darauf achten, dass eine gute Grafikkarte verbaut ist. Und da sage ich immer, am besten eine Gaming-Grafikkarte, zum Beispiel von Nvidia ab der GTX 1050 Ti. Warum ist das so? Ihr braucht für eure Quellen in OBS ordentlich Power, also ordentlich Hardware-Beschleunigung. Und eine Grafikkarte wie zum Beispiel eine MX-Grafikkarte oder ältere AMD-Grafikkarten, die haben nicht genug Power, um diese Quellen vorzurendern. Man spricht dann, wenn man zu wenig Power hat, von einem Render-Lag. Denn in OBS fängt das Ganze an zu lenken, in der Vorschau. Aber ihr wundert euch, warum das so ist, denn die Hardware, wie zum Beispiel die CPU, ist kaum ausgelastet. Das liegt daran, dass bevor überhaupt euer Stream gerendert und an Twitch, YouTube oder sonstige gesendet wird, das Ganze vorgerendert werden muss. Nämlich durch die Grafikkarte. Dann kommt ja der zweite Step. Wenn das Ganze vorgerendert worden ist, muss es ja auch fertig enkodiert, also vom Encoder gerendert werden, damit es an den Streaming-Provider gesendet werden kann. Und da solltet ihr Folgendes tun. Wenn ihr wenig Budget habt, dann setzt ihr auf ein System mit einer Gaming-Grafikkarte, wie eben schon genannt, GTX 1050 Ti aufwärts, am besten Nvidia, und nutzt dort den Encoder Envy Enk New. Ihr bekommt da schon Laptops für unter 1.000 Euro, die genau das anbieten und ihr braucht dann nicht noch eine dicke CPU in dem System. Ihr könnt dann einfach über Envy Enk New flüssig streamen und die Qualität ist nur etwas schlechter, als wenn ihr über die CPU streamt. Wollt ihr für die Qualität noch im Streamen, aber wirklich das Nonplusultra, solltet ihr darauf schauen, dass ihr eine Gaming-Grafikkarte drin habt, wie schon eben genannt, GTX 1050 Ti oder höher, aber eine dicke CPU. Und da ist alles ab 8 Kerner eigentlich schon perfekt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den 5900HX nimmt, der kann X264 als Encoding nutzen und das auf dem Preset Slow. Ich empfehle eigentlich immer eher Medium. Das reicht schon vollkommen aus. Ich sehe zu Slow kaum Vorteile, aber es würde theoretisch sogar Slow gehen, ohne dass ihr nur einen verworfenen Frame beim Encoden habt. Ihr habt dann die Möglichkeit, in atemberaubender Qualität zu streamen über die CPU, aber gleichzeitig auch jede Menge bewegliche Quellen, also Medienquellen wie die Aufnahmegeräte einzubinden, die dann von der Grafikkarte vorgerendert werden. Das wäre dann die perfekte Kombi für einen Streaming-Only-Laptop. Und wie sieht das Ganze dann aus, wenn ihr über den Laptop zocken und gleichzeitig streamen wollt? Dann müsst ihr Folgendes beachten. Erstmal solltet ihr natürlich schauen, dass ihr eine Grafikkarte verbaut habt, die euer Spiel, was ihr streamen und zocken wollt, natürlich auch supportet beziehungsweise genug Leistung mit sich bringt, damit ihr das Spiel auch in einer flüssigen FPS-Rate zocken könnt. Auch hier empfehle ich wieder, auf Nvidia-Grafikkarten zurückzugreifen, weil der Encoder auf diesen Grafikkarten einfach wesentlich besser für streamen ist, als einer von AMD. AMD kommt mit niedrigen Bitraten und ich rede davon, Bitraten unter 10.000, was ihr beim Streamen halt nutzt, nicht so gut zurecht wie die Nvidia-Grafikkarten. Wenn ihr da also eine Nvidia-Grafikkarte der GTX- oder RTX-Reihe in eurem Laptop drin habt, dann seid ihr schon mal mindestens 70% des Weges gegangen. Und dann kommt nämlich der zweite Step. Ihr braucht dann auch eine CPU, die es euch natürlich ermöglicht, das Spiel trotzdem gut zu zocken. Die Spiele haben immer höhere Anforderungen an die CPU. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt eine 8-Kern-CPU haben müsst, um zu zocken und zu streamen. Das reichen auch 6-Kern-CPUs. Wichtig ist, dass die CPU mit dem Spiel nicht bei 100% Anschlag ist. Denn OBS, auch wenn ihr eine gute Grafikkarte drin habt, braucht trotzdem etwas CPU-Leistung. Und als Unterschied zu einem Streaming-Only-Laptop würde ich natürlich bei einem Laptop, mit dem ich zocke und streame, nicht unbedingt über die CPU streamen, sondern auch über die Grafikkarte. Nvidia hat den geilen Vorteil, dass ihr den Encoder NVNC-New nutzen könnt. Und wenn ihr dann darauf achtet, dass ihr OBS Studio als Administrator startet, sowie in Windows den Spiele-Modus aktiviert, dann teilt Windows die Ressourcen von der Grafikkarte auf Spiel und Stream gleichzeitig auf, sodass ihr einerseits im Spiel kaum FPS-Verlust habt und andererseits in OBS keinen Lack bekommt. Und was natürlich auch noch super wichtig ist, wenn ihr euch einen Laptop holt zum Streamen und Zocken gleichzeitig, dann achtet darauf, dass der Laptop einen HDMI-Anschluss hat. Und am besten auch so einen Anschluss, dass wenn ihr zum Beispiel dort einen Monitor anschließen wollt, mit höherer Refresh-Rate, dieser Anschluss die höhere Refresh-Rate auch mitmacht. Dann könntet ihr auf dem weiteren Monitor, den ihr anschließt, zocken mit einer guten Refresh-Rate und könntet dann den Monitor beziehungsweise das Display des Laptops nutzen, um darauf Streaming-Programme laufen zu lassen, wie OBS oder einen Bot und sonstige Dinge. Nur das Display vom Laptop zu nehmen, zum Zocken und Streamen gleichzeitig, ginge natürlich auch. Der Nachteil ist halt einfach, ihr seht nicht, was ihr streamt. Ihr seht euer Spiel und ihr wisst nicht, was ihr streamt. Nach diesem Video solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, den für euch passenden Laptop auszuwählen. Was mich jetzt aber interessiert ist, ob ihr generell an Laptop-Reviews interessiert seid. Also wollt ihr gerne auf diesem Kanal auch mal sehen, dass ich konkrete Modelle teste und zeige, wie gut diese für Streaming oder Content-Creation abschneiden? Wenn ja, lasst mir doch gerne euer Feedback unter dem Video da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!